So langsam wird's ernst. Noch eine Woche bis zum Fest, gerade noch Zeit genug, sich selbst etwas unter den Weihnachtsbaum zu legen, das dann da auch wirklich liegt. Und deshalb zeige ich dir heute mal fünf Dinge für mein Tonstudio, die ich mir unter den Weihnachtsbaum lege. Jetzt! Präsentiert von Storia Mastering und Noiseworks Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Weihnachten ist ja immer auch eine schöne Gelegenheit, sich selbst zu beschenken. Vor allem, wenn man es eben nicht nur haben möchte, sondern auch braucht. Und weil ich es brauche, starten wir auch mal mit einem Capodaster. Ein Capodaster für alle Nicht-Gitarristen ist ein Klemmmechanismus, den man hier oben auf die Seiten drauf machen kann und der dafür sorgt, dass man in unterschiedlichen Lagen spielen kann. Gut für eine Produktion zum Beispiel, wenn man das gleiche Lick nochmal an anderer Stelle spielen möchte und dann anders umgreifen möchte und vielleicht nicht so viel mit den Barré-Griffen arbeiten möchte. Dann ist es eine schöne Sache, auch die eigene Produktion aufzublasen. Mein altes Capodaster ist leider kaputt gegangen und irgendwie auch verschwunden. Deswegen gönne ich mir auch ein neues Capodaster und freue mich schon jetzt darauf, demnächst hier zum Beispiel spielen zu können. Aber irgendwie, ich glaube, nicht nur aus der Fraktion Gönn dir, sondern auch brauche ich wirklich, sind neue Seiten. Neue Seiten sind nicht nur aus der Fraktion Gönn dir, sondern vor allem auch, das brauche ich wirklich. Denn bei so vielen Seiteninstrumenten, die hier an den Wänden hängen und die ich eben nicht regelmäßig in der Hand habe, gönne ich mir dann doch zwischen den Tagen mal die Zeit, neue Seiten aufzuziehen. Und falls du dich schon mal gefragt haben solltest, welche Seiten ich normalerweise benutze, auf dem E-Bass zum Beispiel benutze ich hier diese Flat Rounds von Dardario. Die machen einen etwas dumpferen Sound als die Round Rounds und haben aber dieses 60s, 70s Feel, das ich ziemlich cool finde auf Bass, ohne dass ich dann abdämpfen muss. Also hier Flat Rounds. Dann auf der Akustik-Gitarre benutze ich normalerweise Seiten von Elixir. Die sind ein bisschen beschichtet, das heißt am Anfang klingen die nicht ganz so brillant wie unbeschichtete Seiten, aber dafür halten sie deutlich länger durch und bleiben auch länger frisch. Insgesamt für jemanden, der nicht ganz so viel Gitarre spielt, aber viele Gitarren hat, für mich auf jeden Fall eine gute Wahl. Auf der Nylon-Akustik benutze ich normalerweise und wirklich schon gefühlt seit 100 Jahren die Hanna-Bach-Seiten. Also die waren schon auf meiner ersten Nylon-Akustik drauf und benutze ich bis heute, lasse ich nichts drauf kommen. Und auf der Busuki auch den Satz hier von Dardario. Dardario-Seiten habe ich normalerweise auch auf meinen E-Gitarren drauf gehabt, aber weil ich die eben nicht regelmäßig in die Hand nehme, habe ich gedacht, steige ich jetzt auch mal um auf einen Satz von Elixir. Jetzt nicht diesen Satz, der ist für Akustik-Gitarren, aber einen Satz von Elixir, weil die eben beschichtet sind und dann länger das frische Gefühl vermitteln frischer Seiten. Und da freue ich mich schon sehr drauf, hier mir zwischen den Tagen mal Zeit zu nehmen und einfach mal ein bisschen Seiten wechseln, Hörspiel hören, Hörbuch hören, vielleicht auch nochmal eine alte Podcast-Folge durchzuhören und mich daran zu freuen, was wir gemacht haben. Und dann hier neue Seiten aufzuziehen. Das ist auf jeden Fall definitiv einer meiner Pläne, den ich jetzt hier vorgesehen habe. Das nächste Ding ist schon ein bisschen fortgeschrittener und fürs Tonstudio. Der Fathead von Triton Audio ist ein kleiner Zwischenverstärker, den man für ausgangsschwache Mikrofone benutzen kann. Wenn ich zum Beispiel hier mein altes SM7 benutzen möchte, dann hat das relativ wenig Ausgangspegel. Alle anderen Besitzer von SM7 oder SM7B werden das auch kennen. Und dieses SM7 kann man dann auf jeden Fall, man kann ihm auf die Sprünge helfen, indem man einen kleinen Zwischenverstärker dazwischen schaltet. Und ich hole ihn mal raus, will sich fragen, wenn er doch schon einen hat, warum holt er sich denn dann noch einen zweiten? Dann muss man eben die Verpackung aufmachen, dann ist das so schön eingepackt in so einer schönen kleinen Verpackung. Und das hier ist der Triton Audio Fathead, den ich dann dazwischen schalten kann. Ich kaufe mir einen zweiten, weil ich dann Stereo-Mikrofon nie betreiben kann an ausgangsschwachen Mikrofonen. Ich habe nämlich hier zum Beispiel auch zwei Fathead, allerdings mit F-A-T, nicht mit F-E-T wie der Fathead. Das sind zwei Bändchen-Mikrofone, mit denen ich gerne Stereo aufnehmen möchte. Und damit die eben meinen Preamp nicht so stark herausfordern, ich also nicht so stark aufdrehen muss, besorge ich mir jetzt noch einen zweiten Fathead von Triton Audio, mit dem ich dann quasi auch meine beiden Mikrofone gleich vorverstärken kann. Und für dich vielleicht auch interessant, wenn du ein Audio-Interface aus der günstigeren Kategorie hast und dich immer fragst, warum muss ich meinen Preamp so stark aufdrehen und vor allem, warum fängt er dann so an zu rauschen? Auf dem letzten Drittel machen die Preamps auch von allen günstigen Audio-Interfaces heutzutage schlapp, wäre das falsche Wort, aber sie fügen doch deutlich mehr Rauschen hinzu. Liegt einfach bauartbedingt daran, dass da eben auch relativ günstige Vorverstärker verbaut werden können. Wenn du das vermeiden möchtest oder sicherstellen möchtest, dass bei deinem SM7 definitiv ordentlich Power rauskommt oder bei anderen dynamischen Mikrofonen, SM750, MD421, MD441, empfehle ich dir hier den Fathead, der noch einen zweiten Vorteil hat, denn der wird zwar mit Phantom Power versorgt, der lässt aber keine Phantom Power durch. Das heißt, speziell für Bändchen-Mikrofone kann man mit dem Fathead auch sicherstellen, dass selbst wenn man aus Versehen die Phantom Power angemacht hat, dass sie nicht durchgeht zum Bändchen oder zu einem alten Mikrofon und das zerstören kann. Also Fathead von Triton Audio, für mich auf jeden Fall brauche ich noch einen zweiten Vorteil. Plug-ins. Ich kaufe mir Plug-ins? Habe ich nicht genügend Plug-ins? Ja, du hast recht, aber nachdem ich jetzt so viel mit Drums zusammengearbeitet habe, in den letzten Videos vor allem, habe ich doch festgestellt, dass man mit einem Noise-Gate zwar eine Snare durchaus freistellen kann, also zwischen den Snare-Schlägen das alles wegrechnen kann, aber das Becken, was gleichzeitig mit der Snare gespielt wird, bleibt trotzdem in der Snare drin. Und da habe ich dann gefunden von Black Salt Audio den Silencer, der nicht nur ein Noise-Gate ist, sondern auch eine De-Blead-Funktion eingebaut haben soll, beziehungsweise eingebaut hat. Ich habe schon die Testversion runtergeladen, Link unten in der Videobeschreibung. Und es hat gut funktioniert. Tatsächlich konnte man damit auch die Becken aus der Snare rausrechnen, ohne dass sie dadurch dumpf wurde. Deswegen steht der Silencer für mich auf jeden Fall auf der Liste. Ich habe auch gefunden, das Tool Low Control, mit dem man den Bassbereich separat nochmal komprimieren kann, ohne großen Schnörkel, mit Parallelbearbeitung. Hast du nicht gesehen? Schaue ich mir auch nochmal an, für dich vielleicht auch interessant. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Black Salt Audio Silencer gesetzt. Low Control? Fragezeichen. So, jetzt wird es ernst. Wir greifen mal richtig in die Trickkiste, denn ein DRW-Controller ist etwas, was du auf meinem Schreibtisch bisher noch nicht gesehen hast. Ich habe mal rumgespielt mit dem PreSonus Fader-Port, aber irgendwie war das noch nicht so ganz mein Ding. Aber nachdem ich jetzt von SSL das UF1 gesehen habe, so ein großes Tischgerät mit einem Drehknopf, so einem Transportknopf mit jeder Menge Transportknöpfen für Start, Stopp, Pause, Aufnahme und so weiter und einem großen Fader, mit dem man arbeiten kann, bin ich angeschossen worden. Also ich bin angezeckt, wie unser Freund Moses Schneider sagen würde, ich habe Bock auf das Teil und deswegen lege ich mir unter den Weihnachtsbaum einen DRW-Controller und hoffe, dass ich dieses Mal vielleicht diesen in meinen Arbeitsfluss integrieren kann und zwar nicht nur in der DRW, sondern dieser runde Transportknopf, der da drauf ist, der könnte mir auch bei der Videobearbeitung helfen. Ich werde definitiv berichten und falls du ein Unboxing und einen ersten Bericht darüber haben möchtest, jetzt noch im Adventskalender, dann schreib gerne mal Unboxing unten in die Kommentare rein. Alle Kommentare nehmen ja auch am Gewinnspiel teil, lohnt sich also eh hier zu kommentieren. Aber schreib mal Unboxing unten in den Kommentar rein oder Unboxing SSL und dann können wir dazu noch ein separates Video vielleicht hier noch im Adventskalender machen. Ich werde definitiv berichten. Bestellt ist es schon. Ich bin mal gespannt, wann es kommt. Und das hier schenke ich mir nicht, aber das gehört zu der Kategorie Wünsch dir was. Man muss ja auch Träume haben, also lege ich mir einen Traum unter den Weihnachtsbaum und zwar ein Mikrofon, wer hätte das gedacht, das AEAKU5A. Wenn du mir schon dieses Jahr ein bisschen länger folgst oder bei den Podcasts zugehört hast vom DRW-Versteher, dann wirst du gehört haben, dass ich dieses Mikrofon auf der Messe angesprochen habe. The KU5A. I have one. Yeah, yeah, so good. Und total begeistert bin. Ein Bändchen-Mikrofon, bühnentauglich mit eingebautem Vorverstärker. Also nicht wie die Kaskade Fetthead hier ohne Vorverstärker und auch nicht bühnentauglich, denn diese hier sind mit einer Achtercharakteristik ausgestattet, sondern das KU5A ist eine Superniere oder eine Hyperniere und ist damit bühnentauglich. Es klingt fantastisch. Ich habe schon drauf gesprochen und ich will das unbedingt haben. Nein, ich möchte das unbedingt haben. Meine Mama hat immer gesagt, ich soll nicht Will sagen. Und deswegen lege ich mir den Traum unter den Weihnachtsbaum. 1.800 Euro ist echt eine Ansage für ein Mikrofon, aber man muss ja auch noch Träume haben. Deswegen lege ich mir diesen Wunsch unter den Weihnachtsbaum und du kannst ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, was du dir gönnst oder auch wünschst. Denn jeder Kommentar nimmt ja, wie gesagt, am Gewinnspiel teil. Und falls du vielleicht kein Geld ausgeben möchtest und Bock auf kostenlose Plugins hast, dann schau doch als nächstes in dieses Video rein. Da kann ich dich dann vielleicht mit dem einen oder anderen Plugin auch inspirieren. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage. Mach's gut und jassu!